Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Wir betreten das Piratennest und reden mit Barney. Ich will eine Pistole baue. Ich hab's ordentlich krachen lassen. War jahrelang kanoniert. Hast wohl auch mal ne Kugel auf den Kopf gekriegt. Und wie? Aus einem Stück Eisen mach ich eine zuverlässige Pistole. Ich will eine Pistole haben. Glaub mal ja nicht, dass du mir meine Sachen klauen kannst. Ich krieg immer noch alles mit. Dir haben sie aber ganz ordentlich eine verpasst, hm? Ich bezahle auch dafür. Sag mir einfach, was du brauchst. Was muss ich über Pistolen wissen? Wie auch immer. Jetzt erzähl ich dir mal was über Pistolen. Pistolen benutzt man nur im Nahkampf. Es gibt zwei Arten. Die einen verschießen Bleikugeln, die anderen Schrot. Schrot hat eine geringere Reichweite, aber ne größere Streuung. Ich sag, beides mal ausprobieren. Ich sag, ich mag Schrot nicht. Erzähl mir mehr über Pistolen. Du kannst auch Waffen selber bauen. Natürlich musst du geschickt sein. Das ist Handwerk. Dann bring's mir bei. Nein, wirklich. Ist kein großes Geheimnis, aber ein teures. Kann ich hier irgendwo schießen? Was? Natürlich nicht. Aber mal was ganz anderes. Willst du rauszünden, wie gut du mit der Pistole bist? Genau das hab ich doch gerade gefragt. Pass auf. Ich werf dir ein paar Sachen zu und du versuchst sie zu treffen. Du hast zehn Schuss. Ach, und noch was. Wenn du dreimal hintereinander keinen Schuss abgibst, hören wir auf. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. Ja, hier können wir Pistolen bauen lernen oder besser mit Pistolen schießen, aber das brauchen wir im Moment nicht. Zeig mir deine Ware. Brauchst du Munition? Zum Beispiel. Er hat 100 und er hat Bauplan für die Zwillinge. Da könnten wir die Zwillinge uns bauen. Aber erstmal müssen wir ein bisschen was verkaufen, weil wir haben überhaupt kein Gate. Schmutzige Tricks 5, den brauchen wir nicht. Der kann weg. Ja, die Tränke behalten wir mal. Krallen weg, Leuchtkugeln weg, Sicheln weg, Seapokal, das Idol kann weg, die Perle kann weg, die Muscheln machen wir noch auf. Hier, Plunder, Muscheln. Ich meine noch eine Perle. Hier. So, und dann kaufen wir dir erstmal einen Haufen Kugeln ab. Ich würde sagen, einfach 200. Das reicht dann fürs Erste. Dann haben wir jetzt schon über 300 Kugeln. Hier ist ein Wasserfass, da können wir aber auch nicht mit interagieren. Ich dachte, man könnte aus denen trinken. Irgendwie. Habe ich das nicht mehr... Oh. Nicht gut. Ich dachte, er sieht uns nicht. Ja, schön. Ich spiele das mal ein bisschen nach, bis gleich. So. Okay. Er sieht es, er ist einfach, er ist einfach ein Adlerauge, der durch Wände gucken kann. Er versteht einen nicht, aber er sieht alles. Dann warten wir einfach mal, bis es dunkel ist. Dann können wir uns hier immer noch reinschleichen. Obwohl, was wir auch machen könnten... Wir könnten ihn hier anlocken. Dann können wir uns einfach hier hinstellen, damit er geht. Und dann gehen wir einfach rein. Ja, schön. Danke für deinen Kram. Dann geht es jetzt hier oben weiter. Bei Flanagan. Gleich. Von ihm möchte ich tatsächlich eine Sache lernen. Wenn du mich vorbeilassen würdest, dann... Danke. Patty, du stehst im Weg. Wie ich dran denke, hier was mitzunehmen. Alles nehme ich mit. Kugeln und Goldbrocken und Käse. Da oben ist nichts. Ja, ich glaube, das war's. Gut. Flanagan, hallo. So, hast du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Woher kriegst du deine Waren? Die meisten Typen sind bereit, alles zu tauschen, nur um sich Rum zu kaufen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch Hemden und Hosen. Bist du schon lange hier? Das kann ich dir sagen. Ich hab mich hier niedergelassen, als der Handel mit dem Rum ins Rollen kam. Und was ist mit dir? Was hast du vor? Ich schließe mich Käpt'n Stahlbart an. Dann brauchst du ein Äffchen. Es gibt nichts Besseres. Was soll ich damit? Reich werden. Du schickst ihn in die Häuser und er holt dir die guten Sachen. Außerdem, so ein Äffchen hat nicht jeder. Damit kannst du Eindruck machen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du mit dem Äffchen umgehen musst. Und ein paar andere Tricks habe ich auch noch auf Lager. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Das würde ich gerne haben. Aber Gerissenheit 6 ist ganz schön viel. Zeig mir deine Ware. Zum Goldhacken. Knochensäge, die haben wir. Eigentlich könnten wir die 300 mal ausgeben, wa? Gut. Dann haben wir das. Und dann könnten wir... Wir haben jetzt den Teleport hierher. Können wir eigentlich mal eben hier hingehen. Ich bin dumm. Was mache ich denn da? Ist ja Quatsch. Ich will gar nicht hierher. Entschuldigung. Gibt hier gar nichts für uns. Irgendwie schon drei Schritte weiter, obwohl wir das noch gar nicht gemacht haben. Wir gucken uns erstmal hier im Piraten-Nest um. Quatschen mal mit den Leuten. Gucken, was es hier so gibt. Was man hier so machen kann. Marki-Beere. Piraten-Nest gefunden. Ja, und das da... Das ist ein Mann vom Thumbnail. Morris. Hey, neu hier, was? Ich bin Morris. Einer von Stahlbarz-Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen Rum und halte die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, ne? Nicht alles. Aber Boos sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was? Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Pech. Das kannst du laut sagen. Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze. Ich hab auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich hab nicht mal was, das ich bei Flanigen zu Gold machen kann. Aber warte, wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du noch mal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, nee, jetzt gerade nicht. Mit dem rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Es ist nie zu spät für einen Kampf. Hm. Ja, mal gucken. Was geht hier? Piratengeschichten. Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und das fehlte ihm der rechte Stil. Da er sicher nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. Der linke Stiefel. Weiß nicht, ob wir hier einfach so mitnehmen dürfen, aber sieht so aus. Proviant, Perle, Gold. Lola. Gut. Halt. Grog will ich natürlich mitnehmen. Was ist hier? Offensichtlich nichts für uns. Ich bin weg. Tschüss. So, was ist in dieser Richtung? Ein Pirat und ein Pirat. Und ein Lagerfeuer. Hier ist die Schmiede. Hier sollen wir ja hin. Ich kann Langfinger nicht ausstehen. Verstanden? Warte mal. Hast du hier überhaupt irgendeinen... Ne, du hast hier eh nichts. Hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na, wegen mir. Aber mach schnell. Wie ist die Lage? Unsere Klingen sind scharf und unser Pulver ist trocken. Außerdem haben wir ein dickes Tor. Da kann die Inquisition ruhig kommen. Und wenn sie über den Strand angreifen? Ach, weißt du. Wenn die Protektoren ein Tor sehen, dann greifen sie das auch an. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber die Mistviecher kommen aus dem Meer. Vor ein paar Nächten stand eine riesige Krabbe direkt vor der Kneipe. Wenn wir nicht aufpassen, holen sie uns noch im Schlaf. Was unternehmt ihr dagegen? Boos hat Stahlbart gesagt, er soll sich darum kümmern. Schließlich tauchen die Biester erst auf, seit er hier ist. Ist das so? Vielleicht ist es sein Fluch, vielleicht auch nicht. Wir werden's wissen, wenn er endlich wieder ablegt. Welche Waffe empfiehlst du mir gegen Krabben? Feste Stiefel! Du musst sie umtreten, dann fallen sie auf den Rücken. Mit welcher Waffe du sie dann umbringst, spielt keine Rolle. Kannst du mir Schmieden beibringen? Du kannst Wasser schleppen. Ich brauch niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten. Ich will meine eigenen Klingen schmieden. Hm, das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Nee. Zeig mir deine Klingen. Ei! Nö. Ich hab auch sonst nichts mehr zu verkaufen, oder? Ja, doch, ne Perle. Geil. Goldbrocken. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago. Und der ist nicht auf Takarigua. Und wie komm ich dann an sein Kopftuch? Ah, sieht ganz so aus, als wenn das Ding wirklich Lago gehört. Er sitzt in Puerto Sakarico im Knast. Mal angenommen, ich glaube dir. Dann brauche ich einen Dietrich, um ihn da rauszuholen. Wenn du es wirklich ernst meinst, ist dir der Spaß bestimmt 500 Goldstücke wert. Richtig? Lago sagt, du schuldest ihm Geld. Blitz und Donner! Der Langfinger sitzt wirklich im Knast. Sag ich doch. Hier, nimm den Dietrich und beeil dich. Sonst knüpfen sie ihn noch auf. Nice. Dietrich erhalten. Wir haben 6000 Ruhm. Das ist gar nicht so schlecht. Dann können wir tatsächlich Gerissenheit mal weiter hochpushen. Wir brauchen noch 9000, damit wir das auf Stufe 6 machen können. Und auf Stufe 6 hätte ich es gerne. Was ich auch gerne hätte, ist Tageslicht. Also gehen wir mal pennen. Ja, Nacht bringt uns sonst eigentlich nichts. Ich will nur schlafen. Weißt du, du hast mich jetzt die ganze Nacht beobachtet. War super. Bisschen creepy, der Herr. Bisschen creepy. Eine Musche. Dahin ist noch eine. Ja, wie in jedem Spiel ist auch hier der Anfang ein bisschen langsam. Weil man ja noch nicht so viel kann. Aber es geht vorwärts. Und ja, ich weiß, es wirkt irgendwie komisch, erstmal so viel auf Gerissenheit zu skillen. Obwohl es ein Talent ist, was einem im Kampf gar nicht weiterhilft. Aber wir können ja hier auch nicht irgendwie Musketen lernen. Gibt ja hier keinen Lehrer dafür. Also warum sollen wir Feuerwaffen skillen? Haben wir ja gar nichts von. Aber für die Diebessachen haben wir Verwendung. Kann das nicht schaden. Eine Truhe. Eine Truhe. Warum in jedem Spiel, in dem die Dinger Truhe heißen, habe ich Kiste gesagt. Jetzt heißen sie Kiste. Und ich sage Truhe. So, hier waren wir noch nicht. Mal. Also. Und ich sage прямо jetzt. Okay. Okay. Oh,カif. Und ich sage hier. Ich sage hier auf. Und ich sage mit dem. Und ich sage dir. Ja, der Held interessiert sich auch nicht dafür, dass er tief im Wasser steht. Er rennt trotzdem mit genau derselben Geschwindigkeit wie wenn er nicht im Wasser ist. Widerstand kennt der Mann nicht. Er ist einfach zu krass. So, Affen. Es wäre einfach schön auch mal zu treffen. So, Affen. 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 Das ist ein bisschen blöd. So, Affen. So, Affen. Ach, hier ist ja alles voll mit Viechern. Äh, Patty, da steht noch eine Krabbe. Ich helfe dir. Ach, ich wollte auch nur die Muschel noch aufsammeln. Okay, weißt du was? Wir gehen mal zusammen auf den gleichen. Sagt er und schoss aus Versehen auf irgendeinen anderen. Hätte er auf den zu treten, schlag ihn. Ich kann nicht auf den gehen, auf den Patty geht. Ich kann ihn nicht anvisieren. Gut gemacht. Hier liegt so viel Proviant rum, ey. Es ist krass. Da ist noch eine Muschel. Die können wir dann auch mal eben alle aufmachen. Drei Perlen. Schön. Komm Patty, wir gehen weiter. So, inzwischen waren wir tatsächlich überall außer hier. Also in diesem Bereich waren wir noch nicht. Und halt im Dschungel. Alles, was hier in der Mitte ist, da waren wir auch noch nicht. Blake. Sieh an, ein neues Gesicht. Bist noch nicht lange hier, was? Ich hab auch nicht vor, lange zu bleiben. Genau wie wir. Sobald der Käpt'n den Befehl gibt, legen wir wieder ab. Gehörst du zu Stahlbarts Crew? Ei. Stahlbart ist verflucht nochmal der beste Käpt'n, den's gibt. Und wenn er tausend Flüche auf sich lädt, ich segle mit ihm bis ans Ende der Welt, wenn's sein muss. Stahlbart ist verflucht? Seit wir damals diesen Tempel geplündert haben, kommen überall, wo wir an Land gehen, diese Viecher aus dem Meer. Deswegen steh' ich auch hier rum. Boos hat Ärger gemacht wegen der Viecher. Da hat der Käpt'n zu mir gesagt, Blake, kümmer dich drum. Und das mach' ich jetzt. Was kommt denn so alles aus dem Meer? Sandteufel und gepanzerte Krabben. Die Dinger sind echt zäh. Aber es gibt einen Trick, wie man sie am besten abmurkst. Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Boos hat Curtis gesagt, er soll mir zwei Typen an die Seite stellen. Aber das sind Säufer. Aber zur Not werd' ich auch allein mit den Viechern fertig. Ein Pirat schlägt keinen guten Kampf aus. Das solltest du dir merken. Zeig mir ein paar Tricks. Was willst du denn wissen? Ja, damit halten wir mehr aus, wenn wir das lernen würden. Damit können wir die Krabben umtreten, wie Patty das immer macht. Brauchst du Hilfe? Kannst du denn feste treten? Was? Also, ohne dass du weißt, wie man mit den Viechern fertig wird, bringt das nichts. Ich kann's dir beibringen, wenn du willst. Ja, wir müssen das lernen. Wir haben 1000 Gold. Ja, komm, was soll's. Zeig mir ein paar Tricks. Hä, was willst du denn wissen? Zeig mir mal einen ordentlichen Tritt. Du hast bestimmt schon oft jemanden in den Hintern getreten. Aber das, was ich dir zeige, ist was anderes. Ich rede von einem echten Tritt. Das ist ein Angriff, genau wie mit deinem Säbel oder Gewehr. Wenn du einen Kerl vor dir hast, kannst du ihn von dir wegtreten. Das bringt dir Zeit und ist nützlich, wenn du es mit vielen Gegnern zu tun hast. Gepanzerte Viecher sind noch was anderes. Die kannst du mit einem Tritt zu Boden werfen und dann abmurksen. Das klappt aber nur, wenn du sie im richtigen Moment triffst. Warte, bis sie sich aufrichten. Ich werd's versuchen. Kämpfen wir gegen die Krabben. Dann zeig mal, was du kannst. Wenn du mehr Krabben erledigst als ich, dann hast du's wirklich drauf. Und da kommen sie auch schon. Los geht's. So, das Schöne ist, wir haben das Gewehr. Das heißt, wir können einfach gucken, dass wir Kills klauen. Oder auch nicht. Nein. Nein. Ja, schätze ich auch. Haben wir dich besiegt? Es sind keine Krabben mehr übrig. Waren ja auch genug. Ich hab noch keinen gesehen, der die Viecher so schnell umbringt wie du. Ich sag dir doch, ich hab's drauf. Und das war nicht übertrieben. Erzähl das ruhig mal dem Käpt'n. Was machen wir mit der Beute? Die kannst du behalten. Bei Flanagan kannst du das Zeug zu Gold machen. Ich leg auch noch was drauf. Dann reicht's für ein paar neue Stiefel. So ein netter Kerl. Tja. Dann gehen wir doch mal zu Buus in die Kneipe. Oder haben wir... Ne, wir brauchen 4000. Wir haben 2239. Das dauert noch. Geister Lilie. Auf zu Buus. Ich glaub, hier dürfen wir alles erstmal abräumen. Nein. Lass das besser sein, Bursche. Ich lass hier gar nichts sein. Ich geh aber nochmal raus, damit die sich alle wieder beruhigen. Und dann gehen wir wieder rein. Und dann quatschen wir mal mit allen. Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Du kriegst doch bestimmt ne Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Wer ist Pete? Curtis hat den Beauftragter, das Tor zu bewachen. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Wo hat Pete seinen Schatz vergraben? Er erwähnte ein Dschungeltal, eine Schlucht und ein uraltes, steinernes Grab. Was weißt du über Stahlbart? Ich weiß, dass er zusammen mit anderen Kapitänen auf Kaperfahrt war. Das ist noch nicht lange her. Und manche sagen, seitdem ist er verflucht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Krieg zwischen den Kapitänen gibt. Wahrscheinlich haben sie sich um die Beute gestritten. Wollen wir uns amüsieren? Junge, was Frauen angeht, musst du noch einiges lernen. Das glaub ich auch. Aber keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? So, sie kann uns jetzt nämlich Silberzunge 1 bis 3 beibringen. Das Krasse bei diesen Fähigkeiten ist, also das hier bringt 5, so wie, also einfach so ein Standard. Das hier bringt aber schon plus 10 und das plus 15. Und das addiert sich halt. Sodass das alles zusammen plus 30 wäre. Und man braucht nur Gerissenheit 7 für alles. Wir könnten jetzt theoretisch schon die ersten beiden lernen, aber wir haben nicht genug Gold dafür. Also lassen wir das erstmal. Well. Oh, da ist noch ein Bier. Geh doch mal raus. Da bist du im Endeffekt. Ich bin Hank. Ich pass auf die Mädels auf. Und? Du hast dich mit Holly amüsiert. Das kostet dich eine Kleinigkeit. 100 Goldstücke. Ich hab nur mit dir gesprochen. Hey. Wie du deine Zeit mit dir verbringst, ist nicht mein Problem. Scheiß geb ich dir. Vergiss es. Du kriegst von mir gar nichts. Das sagen sie alle, aber am Ende bezahlen sie doch. Also gibst du mir das Gold freiwillig oder muss ich es aus dir rausprügeln? Du kannst es ja mal versuchen. Arme Irrer. Los doch! Mach schon! Zeig's ihm! Mach schon! Unfassbar. Kann man sich denn auf gar nichts mehr verlassen? Hoch mit dir. Schön vergessen wir das mit der Kohle. Geht doch. Eigentlich wollte ich ja nur noch mal raus und wieder rein und dann in der nächsten Folge mit Wus reden. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schreibt mir einen netten Kommentar. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! 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 Vielen Dank.